Duncan Records' Presence Die drei Farbe Zeichner Die drei Farbe Zeichner Billy, Timmy, Cara und Fimmel Billy, Timmy, Cara und Fimmel Die drei Farbe Zeichner So, nach diesem fetzigen Intro, herzlich willkommen zu diesem neuen Format. Ihr ahnt vielleicht, es geht so ein kleines bisschen um Hörspiele. Doch bevor ich ein bisschen mehr zum Format erklären werde, möchte ich euch hier einen wahren Doppelwumms an wunderbaren Gästen präsentieren. Wir sind einmal Traximus Prime und Taste of Cthulhu. Herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schönen guten Tag. Moin. Tja, und der ein oder andere fragt sich vielleicht, wer sind die Typen überhaupt? Vielleicht stellt ihr euch mal so ein kleines bisschen vor. Tales, du hast den Vortritt. Du darfst. Oh, dankeschön, dankeschön. Ja, wer bin ich? Mein Internetname ist Tales of Cthulhu und ja, ich mache Hörspiele seit 2016, 15. Bin ein wirklicher Hörspiel-Nerd. Ja, und betreibe so einen kleinen Kanal. Und der andere Typ, der sich nach mir vorstellen wird, nehme ich jetzt einfach seine Vorstellung weg, ist mein Partner in Crime, Traximus Prime. Das hast du ja wunderschön gereinigt. Ja, das war geplant. Städtchen ins Poesie. Hast du dir schon drei Tage vor diesem Podcast ausgedacht, diesen Reim, um ihn jetzt zu präsentieren. Sehr gut. Ja, und was sonst noch? Ja, wir wurden gefragt, diesem Format beizuwohnen und ich freue mich. Ja, wir haben auch alle zusammen so ein bisschen History. Ich weiß jetzt nicht, wer bei wem zuerst in Hörspielen aufgetreten ist, unterstützt hat. Ich bin mal so ein bisschen in mich gegangen. Und bei Traximus war es, glaube ich, auch nur ein Hörspiel. Knight Rider Lost Angeles, wenn ich mich recht erinnere. Genau, Folge. Vielleicht korrigierst du mich. Nee, nee, du warst schon gar nicht weit weg. Genau, es war Knight Rider Lost Angeles, Folge 5. Da habe ich dich tatsächlich in einer kleinen Rolle gecastet, wo ich im Nachhinein bereue, ich hätte auch eine größere für dich schreiben sollen. Aber egal, ja. Nee, es war trotzdem sehr toll. Du hast das super gemacht. Du warst halt der bad guy am Anfang. Und ja. Stimmt. Ja, ja, gute alte Zeit. Und bei Tails hast du halt eine richtig, richtig geile Rolle gesprochen. Muss man ja sagen. Ja, definitiv. In Roden & Hunt. Ja, was ist denn Roden & Hunt, Tails? Kannst du mal ein bisschen Werbung machen. Ja, was ist Roden & Hunt? Das ist meine eigene Science-Fiction-Serie, die eigentlich angefangen hat so als Rip-Off von Blade Runner. Weil ich den Film zuvor geguckt hatte. Und dann habe ich dann Drexi gefragt, ey, kann ich deinen Charakter hier aus Alien Downfall benutzen? Und dann hat er gesagt, ja, klar, mach doch. Ja. Und ja, dann hat sich das entwickelt. Und irgendwann ist das von einer Parodie, von einer Hommage plötzlich in so ein eigenes Ding geworden. Also hat sich transformiert. Ja. Und jetzt ist es an sich meine erfolgreichste Serie, würde ich sagen. Ich muss dich korrigieren, Tails. Wo ich halt das meiste Feedback für bekomme. Ich muss dich korrigieren. Du hast mich zwar gefragt, ob du meinen Charakter aus Alien Downfall benutzen darfst. Und dann hattest du aber gesagt, dass du eine Referenz auf Aliens machen möchtest. Und ich dann so, ja, aber Moment mal, Alien Downfall spielt vor dem ersten Alien-Film. Das funktioniert ja nicht so ganz. Und deswegen ist halt Brian Hunt nicht der gleiche Charakter wie Mitchell Hunt in Alien Downfall, sondern ist sein Enkelsohn. Ich habe gerade das Verwandtschaftsverhältnis vergessen. Nee, ist der Enkelsohn, weil das sonst zeitlich nicht gepasst hätte. Weil ich so ein, wie sagt man, ich schaue halt immer auf die Timeline, dass das alles Sinn hat. Ansonsten werde ich wahnsinnig bei sowas. Mhm. Mhm. Ja, genau. Aber ja, es ist eine tolle Serie. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du achtest da akribisch drauf und ich denke einfach, scheiß drauf. Einfach, einfach los. Einfach Spaß haben. Okay, okay. Ja. Ja. Ja, und das Phänomen kennen wir ja alle, dass man irgendwas als Parodie oder aus Spaß anfängt und das dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt und immer weitergeht und man dann so ein Universum generiert, das sich weiterspinnt. Ja, ja, ja. Und das bringt das so ein bisschen mehr zum eigentlichen Thema. Dieses, ich weiß nicht, ich würde es gar nicht Podcast nennen. Was ist das denn hier, was wir hier machen? So eine Art Reaction ist es, glaube ich. Weil ich habe mir gedacht, es gibt immer wieder, also bei den ganzen drei Fragezeichen-Hörspielen bei Träger-KG auch viele lustige Kommentare, also teilweise von lustigen wirklichen Fans und teilweise auch von ein bisschen verirrten Seelen, sage ich mal, die das Ganze ernst nehmen und sich dann so wundern, warum die drei Fragezeichen auf einmal so komische Wörter benutzen und so politisch unkorrekt sind. Das ist schon immer sehr amüsant und ich dachte mir, vielleicht gucken wir zusammen so ein paar von diesen Kommentaren durch. Jeder darf mal vorlesen und wir amüsieren uns da einfach ein bisschen drüber, ohne das alles zu ernst zu nehmen, nicht wahr? Ja, ich würde sagen, man könnte es auch als einen Hörspieltalk bezeichnen. Das finde ich gut, das ist jetzt ein Hörspieltalk. Das werde ich auch in den Titel schreiben. Vorher wusste ich es nicht, was ich schreibe. Jetzt haben wir es. So habe ich auch die anderen Videos auf unserem Kanal genannt, weil es ist ja nicht nur eine pure Reaction, also eine Reaction im klassischen Sinne, weil wir ja auch wirklich weit ausholen teilweise. Also du hast halt ein 30 Minuten Hörspiel und dann hast du ein Video mit 120, 130 Minuten. Also noch mal knapp über eine Stunde einfach nur gelabert. Das ist aber, ja. Ja klar, deshalb wollen die Leute das ja auch hören. Die wollen ja nicht nur das Hörspiel hören und mal so ein Ja und fand ich auch gut damals dazu hören, sondern auch irgendwie ein bisschen mehr Substanz dazu. Leertaste an, Leertaste aus. Das ist ein schöner. Ich finde das so schön. Ja, ja, es ist schon mehr als es ist. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Kommentare, die wir dann da gleich lesen werden. Also was, was da so von den verirrten Seelen oder auch von den Fans oder vielleicht auch Nicht-Fans geschrieben wurde. Ja, genau. Ich habe jetzt erst mal von den ersten vier Fragezeichenfolgen das rausgesucht. Das sind 33 Kommentare und wir werden sehen, wie weit wir hier damit kommen, wie lang das Ganze wird. Ich habe, ehrlich gesagt, keinen blassen Dunst. Naja, also fangen wir mal an mit dem ersten Fragezeichen Hörspiel. Die drei Fragezeichen und der Zombie vom Schauerberg. Und ich habe hier meine YouTube-Seite offen erschienen am 24.12.2017. Unfassbar, das ist schon ganz schön lange her. Hat inzwischen 85.000 Aufrufe und hatte dann 266 Kommentare insgesamt. Trotzgezogen habe ich davon aber jetzt glaube ich nur sechs, weil das meiste waren dann noch irgendwelche Medals und finde ich gut Kommentare und sowas. Und das muss man ja nicht unbedingt durchsprechen. Naja, dann fange ich mal mit dem ersten Kommentar an. Ich lese auch den Namen vorkommen, warum nicht? Von Darkisky8587 und er schreibt, wie hetero das Game damals noch war. Tja, warum habe ich den Kommentar rausgesucht, bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Aber ja, ist halt auch Stichpunkt Drachengeben. Ist ja auch so ein bisschen die Connection zwischen uns dreien gewesen, auch wenn es im größeren Sinne Hörspiele sind. Aber der Verbindungspunkt war dann doch irgendwie, dass alle so ein bisschen das Drachengeben verfolgt haben. Und dadurch ist man halt auch ineinander aufmerksam geworden, mehr oder weniger. Naja, und das Game war damals echt noch wirklich hetero, muss man sagen, im Vergleich zu heute, wo doch gewisse homosexuelle Einflüsse zu fühlen sind. Ja, definitiv. Wobei eigentlich nein. Eigentlich war er ja schon von Anfang an Bieder der Lord. Von daher kann ich diesem Kommentar gar nicht so sehr zustimmen. Ich habe halt gerade versucht, so, ich bin gerade in meinem Kopf die Timeline des Games durchgegangen und habe mich gefragt, an welchem Punkt war es denn bitte hetero? Also, an welchem Punkt war der Lord denn bitte, also wir wissen es ja alle, dass er es eigentlich nicht wirklich ist. Aber er hat es ja nie selber von sich aus zugegeben, dass er das ist. Also, von daher. Aber ich glaube, es bezieht sich auch, denke ich, ein Stück weit nicht nur auf die, auf den Lord selber, sondern bestimmt auch ein Stück weit einfach auf die Gemeinschaft der Hater selbst, die sich da so um ihn getummelt haben. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich denke auch. Und vielleicht auch ein bisschen auf die, auf die, ähm, die Art des Contents, die dann produziert wurde. Und, äh, das, gerade in den letzten Jahren wurden das doch immer mehr und mehr Reactions und, wie du schon gesagt hast, Leertaste, Leertaste. Ja. Und, äh, ja, damals war das halt doch noch etwas kreativer, kann man sagen. Ich würde halt einfach sagen, der Aufwand war auf jeden Fall höher, weil es ist halt schon was anderes, wenn du dich hinsetzt und einfach nur eine Reaction aufnimmst, das kennen wir ja selber von uns, oder wenn du dich halt hinsetzt, ein Hörspiel-Skript schneidest, äh, die Dialoge, äh, an die Sprecher rausschickst und dich dann hinsetzt und, weiß ich nicht, äh, 20, 30 Stunden an einem Hörspiel schneidest, ne, das ist halt schon, ist halt schon ein Unterschied, liebe, liebe Reaktor. Ja, generell, ja, generell, wenn du halt ein bisschen mehr als eine pure Reaction machst, ist das halt schon ein bisschen Aufwand. Als, ja, Rainer hat was gesagt, oh, der ist ganz schön dick und dumm ist er auch. Dick, 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 dumm, ja, sag 50.000 Klicks. Ja, genau, genau, genau. Und, 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 und da denke ich mir manchmal so, es gibt Leute wirklich, die, die machen sich da Mühe, die machen Musik, die machen Hörspiele, die, die, die denken sich, wie kann ich dem Game was hinzufügen, was wirklich einen Mehrwert hat. Und die gehen manchmal dann gnadenlos unter. Zum Beispiel, äh, war das Neues von der Schanze? Diese Animationsserie da? Das war großartig. Das war wirklich großartig. Aber gemessen an dem Aufwand kaum Aufrufzahlen. Das fand ich ziemlich schade. Ja, und das klingt jetzt so ein bisschen verbittert und vielleicht auch neidisch, wenn wir sagen, ah, wir haben zu viel Zeit da reingesteckt und zu wenig Klicks. Es geht ja auch gar nicht wirklich um die Klicks. Ich meine, jeder kann, wenn er will, auch so eine Reaction machen und hat dann wahrscheinlich auch entsprechend, äh, hohes Feedback. Es ist halt einfach nur ein Fakt. Das ist Aufwand, äh, Resultat. Da gibt's halt einen gewissen Unterschied. Also ich, also ich hab mal Ärger bekommen, weil ich zwei reiner, äh, sag ich jetzt mal Zitate in Roden und Hand verwurstet habe. Nein, von wem? Weil der Metzger, äh, ja, ich weiß es nicht. Das war jemand, äh, der sagte, also der Metzger sagt halt, ja, hier, äh, was sich anbieten kann, ist falscher Drache und Buttergolem und, ähm, ja, ähm, irgendwann im weiteren Verlauf des Hörspiels wird dann halt gesagt, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Und dann, äh, wenn ich Hörspiele höre, will ich nichts vom Drachen dort hören. Da dachte ich mir, okay. Das ist, das ist in derselben Szene. Ich weiß das halt noch. Das ist, ja, Fleischerei, er sagt halt wirklich, äh, falscher Drache, äh, äh, und, und, und irgendwas mit gegrillter Oger oder so. Und, äh, ja, mein Gott, es ist halt eine Spitze. Es ist halt, es ist halt witzig. Es passt halt auch in die Szene. Es ist ja nicht, dass das irgendwie fehl am Platz ist. Aber, ach, keine Ahnung. Ich hab halt auch, mir ist, mir ist was ähnliches in Knight Rider Los Angeles Folge 3 passiert, weil da haben wir ja den ganzen Social Outcast mehr oder weniger als, als Antagonisten drin. Tails übrigens auch in seiner ersten Antagonistenrolle bei mir. Und, äh, da hab ich halt auch dafür auf den Sack bekommen, ganz salopp gesagt, dass ich halt, äh, das mit reingebracht habe. Dass ich halt auch diesen Sound, das ist halt wirklich der Sound, äh, wo dieser Stein bei Irana ins Fenster reinfliegt. Den hab ich halt reingebaut, weil ich mir dachte, das passt super. Weil nämlich der Protagonist abhaut und in dem Fall ein Fenster einschmeißt. Da dachte ich mir, ja, wieso benutzt du das denn nicht? Und da dann gleich, aha, woher kenn ich denn, äh, Minute so und so und so. Und ich so, ja, ja, natürlich ist der das. Meine Güte. Ja, es ist halt, äh... Ja, daran kann man jetzt ja auch nichts irgendwie Boshaftes erkennen oder man macht es ja nicht so, weil man ihm was Schlechtes wünscht, sondern einfach um... Ja, es ist ja wie so ein Phänomen der Popkultur und, 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 das referenziert man halt. Also gut, ich, ich mit meinem Kanal kann das natürlich nicht sagen, weil der zumindest früher schon sehr reinfokussiert war. Aber jetzt, wie geht's von eurer Situation aus? Und dann ist da halt mal eine Referenz drin. Mein Gott, du kannst ja auch irgendwelche, äh, stirb langsam Sprüche irgendwie reinnehmen und, äh, das ist eigentlich genau das Gleiche. Ja, Roden und Tat ist ja tatsächlich nichts anderes als ein Potpourri an Referenzen, weil so hat diese Serie ja auch angefangen. Aber es ist ja auch nichts Schlechtes, eine Referenz einzubauen, bedeutet ja nur, dass du quasi das Medium, wo du die Referenz hernimmst, respektierst und sagst, hey, hier, ne, ich, ich weiß, wovon ich rede. Oder wenn du halt, wenn du halt sagst zum Beispiel, ja, genau die Scheiße, auf die ich Bock hab, das ist halt auch ein cooler Spruch, den kannst du halt auch bringen, ne. Ist halt, ja, keine Ahnung. Also ich verstehe immer nicht, wieso Leute sich da so echauffieren. Wenn du halt gesagt hast, äh, das darfst du dich sagen, äh, oh nein, Drachenlord, ja, hallo. Ist doch nochmal so. Na. Gestern Abend wollte ich mir mal zum Einschlafen eine Folge der drei Fragezeichen anhören. Ihr glaubt nicht, wie schnell ich wieder wach war, als ich auf einmal dem Herrn Winkler seine Stimme gehört habe und ich wusste nicht, dass es Satire war. Ich musste so lachen. Sleepless 777. Moment mal. Zum Einschlafen? Na, egal. Ja. Ja. Ja, das ist, äh, bestimmt auch sehr witzig. Aber was ich, was ich immer persönlich ein bisschen verwirrend finde, ist, wenn du, äh, Sprecher hast, äh, wenn du, wenn du Leute hast, die halt das Hörspiel anhören und nicht merken, dass es nicht dieselben Sprecher sind. Das, das verwirrt mich persönlich immer ein bisschen, weil ich ja so ein Mensch bin. Ich achte ja auf sowas immer sehr toll. Aber, ja. Oh, warte mal. Geht da auch noch irgendwie dann zu sagen, warte, ja, ich hab das meinem Kind vorgespielt und auf einmal kommen da diese Wörter. Wobei man mir, äh, zugutehalten muss, ich blende immer davor ein Disclaimer ein, dass das eigentlich niemand anhören sollte, weil da schlimme Wörter drin vorkommen und so weiter. Und selber schuld, wenn man das trotzdem macht, ja. Ja. Ja, das ist halt die, da muss man halt die Leute auch mal irgendwie in die Verantwortung nehmen, dass sie nicht nur eingeben, drei Fragezeichen, oh, das erste Video, zack, und los geht's. Dass das, alleine die Cover, da muss man doch merken, das sind nicht, das ist nicht dieser Stil der drei Fragezeichen. Oder du hörst wenigstens so zwei, drei Minuten rein. Nee, du hörst das. Das ist halt echt die Gefahr, wenn man einfach irgendwas anmacht, vor allem bei Kindern und die dann in Ruhe lässt. Und wer weiß, da kann ja auch durchaus wirklich Schlimmes kommen und jetzt nicht so eine lustige Parodie. Ja. Zum Beispiel Benjamin tötet wieder. Das ist ja... Ja, stell dir mal vor. Ja, oder es gab ja mal wirklich was richtig Schlimmes. Da hatten sie, ich weiß nicht, welcher Kinderfilm eigentlich laufen sollte bei der ARD oder CDF. Und nach 10, 15 Minuten haben sie plötzlich Halloween abgespielt. Und die kleinen Kinder waren total traumatisiert. Warum? Ich sag jetzt einfach mal, die My Little Ponies plötzlich, ja, nicht mehr da waren, aber irgendwie so ein Maskenmann, der die Leute umbringt. Ups. Ja, ja. Das Phänomen hatte man doch auch mal im Kino, wo sie irgendwie, ich weiß nicht mehr, welchen Film gucken wollten. Und dann lief halt einfach Saw 10. Und das war, ich glaube, wenn du als Kind dich in Saw 10 reinsetzt, ist das halt auch irgendwie nicht so ganz so geil. Was ich halt immer nicht verspürt, dass sie das nicht in den ersten 5 Minuten merken. Allein schon nach dem Intro, dass es halt nicht direkt der Hörspielsprecher der 3-Frage-Zeichen ist. Weil es ist ja schon was anderes. Aber da achten die Leute immer gar nicht drauf. Das verwirrt mich immer ein bisschen. Ja. Und es gibt auch, glaube ich, keine einzige originale 3-Frage-Zeichen-Folge auf YouTube. Die sind da ziemlich streng und dann striken das direkt. Und die Leute versuchen es halt trotzdem immer wieder. Hier, 3-Frage-Zeichen gratis, klick, los geht's. Ja, meistens versuchen sie es dann mit Ausschnitten. Ich denke... Ja, erzähl. Ich denke einfach auch nur, dass es dann viele Eltern sind, die sich denken, ach, ich habe das früher gerne gehört. Die gucken dann, die wissen gar nicht mehr, also die können sich an die 3-Frage-Zeichen eigentlich gar nicht mehr erinnern. Und denken, ach ja, vielleicht ist da der Sprecher gestorben oder sowas. Tja, lass mal laufen. Schwierig. Also, weiß nicht, da, 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 da. Ja, da fehlt es halt auch ein bisschen an Medienkompetenz. Genau, genau, das ist es ja. Naja, machen wir dann mal den nächsten Kommentar, würde ich sagen. So. Roven A. Großes R. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass Reinhard's 600 DVDs von Victor Eugenie gestohlen wurden. Schön, dass du es richtig ausgesprochen hast. Ich weiß, wie der ausgesprochen wird, aber er ist falsch geschrieben. Er wird nämlich mit A-Y geschrieben. Ja, egal. Habam. Trotzdem schön. Schöne Einspielung an eine der besten Folgen der 3-Frage-Zeichen. Ja, warum habe ich das eigentlich niemals in irgendeine Handlung mit einbezogen? Stimmt, stimmt. Das wäre unglaublich lustig gewesen. Das fehlt noch ein bisschen, ja. Super. Ja, ist ein schöner, schön, ja. Ja, Victor Eugenie, für die, die es nicht wissen, ist halt ein Antagonist der 3-Frage-Zeichen, der, wie gesagt, in einer der besten, meiner Meinung nach, einer der besten 3-Frage-Zeichen-Folgen vorkommt. Feuermond. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Tails hat die, glaube ich, immer noch nicht gehört. Ja. Die ist gut, die ist gut. Hast du Tina aus, Bibi und Tina mit dabei als Antagonistin? Ich habe jetzt vergessen, wie die Sprecherin heißt, aber das ist Tina aus. Ja. Die Brittany, das ist dieselbe Sprecherin. Ich glaube auch, doch, 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 das ist das. Ihr blöd Schnüffler. Das ist auch quasi der Charakter, der immer wieder so ein bisschen vorkommt, als eben der Erzfeind. Und, äh, also ich glaube nicht in wirklich vielen Folgen, aber schon immer mal wieder. Und dann erinnert man sich so früh an die alten Folgen. Es ist halt einfach wunderschön, äh, in der ersten 3-Frage-Zeichen-Folge der Super-Papagei taucht er halt random am Ende auf und so, oh, ich klaue euch jetzt dieses, dieses Ding hier. Und, äh, wo kommst du her? Wer bist du? Was willst du? Naja, ich klaue euch das jetzt. Und jetzt bin ich auch schon wieder weg. Es ist halt keine, keine irgendwie Erklärung, wo der Typ herkommt, wer das ist. Es ist einfach nur da und er sagt, ja, mein Name ist Eugenie und, äh, ich nehme euch das jetzt weg. Das war sein erster Auftritt. Das war super. Mist, man müsste halt mal wirklich, ich weiß zwar nicht, ob YouTube das mitmacht, aber es wäre halt witzig, einfach mal auf die erste 3-Frage-Zeichen-Folge zu reagieren. Weil die halt, äh, einfach von der Struktur her ziemlich off ist, kann man sagen. Ja. Mhm. Ich weiß noch, wo Telzi das erste Mal gehört hat so, oh ja, das geht ja gar nicht. Und ich so, ja, ich kenne dich schon. Ich weiß. Ja. Ja, und ich spreche so extrem unerfahren. Und ich glaube, äh, wie heißt er noch gleich? Andreas Fröhlich? Mhm. Der hat mal irgendwie erzählt, der hatte so eine Leserschwäche und der hatte dann extrem Probleme, da seinen Text irgendwie einzusprechen und vorher durchzulesen und sowas. Und das merkt man auch, der tut sich da wirklich schwer. Hat sich aber gemacht. Ja, er sollte ja eigentlich, ja, definitiv, er sollte ja eigentlich Peter sprechen. Und dann haben sie gemerkt, okay, der packt den Peter nicht, ja, dann bist du Bob. Ja. Dann holen wir den Jens aus der Ecke und dann macht der einfach Peter, das passt schon. Genau. Jens Wawritschek wird für mich immer einen Stein im Brett haben, einfach weil er in einer meiner Lieblings-Hörspielfolgen von Knight Rider vorkommt. Da findet er nämlich Car im Sand. Das ist, äh, das ist der Jens. Also im Hörspiel zumindest. In der Serie weiß ich nicht mehr, wer den synchronisiert hat. Aber in der Hörspiel-Serie ist es wirklich Jens Wawritschek, der ihn da aus dem Sand ausgräbt. Mhm. Ach ja. Ich hab die als Kind rauf und runter gehört, die Hörspielkassetten von Knight Rider. Das war toll. Merkt man die gar nicht an? Nein, überhaupt nicht. All right. Nächster Kommentar von Ersatzkanal Jens 9713. Und das ist tatsächlich der einzig wahre Jens Grabo. thematisiert im Hörspiel Nummer 15, gerade kurz 12. Quasi der Zug-Fanatiker, der da vorkommt und der auch im echten Leben ein Zug-Fanatiker ist. Und der ist irgendwie dann durch dieses eine Hörspiel auf die ganze Reihe aufmerksam geworden und hat jetzt hier kommentiert, Erfolge 1510. Erfolge 1510. Harry S. Morgan ist leider tot. Traurige Smiley. Also Harry S. Morgan, ein grandioser Porno-Film-Produzent aus der etwas älteren Zeit. Hat viele Gina-Wild-Filme produziert, kann ich sehr empfehlen. Und war dann auch der ursprüngliche Auftraggeber des ersten Falls, der drei Fragezeichne, der Alfred Bitschkog über die seltsamen Vorkommnisse in Emskirchen informiert hat, der wiederum die drei Fragezeichne dorthin gesendet hat. Was ist eure Erfahrung mit Harry S. Morgan? Ich wusste bis eben nicht, wer das ist. Ach, was? Ich auch nicht, muss ich gestehen. Na dann, dann konnte ich euch zu eurer Bildung beitragen. Aber der ist leider wirklich gestorben. Hashtag Bildungsdanken, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Ich wusste das wirklich nicht, aber cool zu wissen, auf jeden Fall. Crazy. Genau, und da ja auch Alfred Bitschkog einen gewissen Bezug zur Pornobranche hatte schon immer, fand ich das durchaus hart. Das merkt man überhaupt nicht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was vorher da war, ob die Hände oder das Ei. Auf jeden Fall ist er dann immer mehr sehr pornophin geworden. Ich weiß jetzt noch, in der ersten Reaction hören wir so den ersten Auftritt von Alfred Bitschkog und Tate und ich kriege uns nicht mehr ein, weil die Hintergrundakustik so großartig ist. Übrigens, original von mir selbst eingespielt. Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Das war, glaube ich, auch unsere Vermutung damals. Das wurde bestimmt live aufgenommen. Ja, das ist super. Das ist Commitment. Ja, aber gehört auch dazu. Ich finde auch den Namen Alfred Bitschkog nach wie vor großartig. Also, das ist, das funktioniert gut. Ja. So. Der Wetter. Haben mir jetzt mehrere eure Hörspiele angehört. Sind alle sehr kreativ und mir gefällt auch das politisch Unkorrekte. Etwa der Teil über die Frau, die mit dem Elektroschocker gegen Männer vorgehen will, die Manspreading macht. Klammer auf, anderes Hörspiel, Klammer zu. Was mir etwas bitter aufstößt mittlerweile, euer Hate gegen den Drachenlord, hat schon etwas sehr Destruktives. Bei allen Witz und der Arbeit, die das Hineinschneiden sicherlich macht, vielleicht denkt der ein oder andere von euch mal darüber nach, was mit ihm ihr selbst zu tun hat. Schließlich klingt ihr wie gebildete Menschen, die zumindestens Abitur haben. Ja, was? Also, das täuscht. Wir sind nicht gebildete Menschen. Das kann ich schon mal revidieren. Und ansonsten, das ist halt das Typische, wie du eben schon angesprochen hast. Sobald irgendwie Drachenlord drin ist, finden die Leute das dann scheiße. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich frage mich tatsächlich immer, wieso Menschen das immer so extrem ernst nehmen. Weil, also ja, natürlich, man muss sich nicht darüber streiten, dass die Thematik um den Drachenlord kontrovers ist und dass es halt auch viele gibt, die sagen, ja, vielleicht sollte man den in Ruhe lassen. Aber man kann sich ja trotzdem drüber lustig machen. Man kann ja trotzdem Spaß damit haben. Weiß ich nicht. Ja, ich kann das immer nicht so ganz verstehen, dass man dann da so ernsthaft sagt, das geht nicht, da darfst du keine Witze drüber machen. Doch, man kann... Genau, vor allem auf dieser Ebene. Also, wenn man jetzt davon spricht, irgendwie dahin zu fahren, Steine zu werfen, was anderes. Aber auf so einer Ebene das ein bisschen zu parodieren, ist absolut in Ordnung. Du darfst jede Person des öffentlichen Lebens parodieren. Meine Güte. Ja, es gehört ja nun mal dazu. Also, jeder wurde ja schon mal, jeden wurde sich ja schon mal lustig gemacht. Das ist ja auch in Ordnung. Und es ist ja nicht so, dass du ihn jetzt irgendwie negativ darstellst. Es ist halt einfach Sätze, die er gesagt hat. Also, es ist ja nicht so, dass du ihn jetzt irgendwie falsch widerspiegelst, wie er drauf ist oder so. Nee, es ist einfach das, was er gesagt hat. Es passt halt einfach in dem Fall in die Szene rein. Zum Beispiel, wo er da bei, als Oga bei The Musk Singer unterwegs war. Das war halt auch super. Und ja, da hat er was politisch Unkorrektes gesagt. Aber das hat er ja nun mal wirklich gesagt. Das ist ja nicht so, wie das heute einige machen, dass man das mit einer KI macht. Nein, das ist halt wirklich er gewesen. Ja, ja, und ich glaube, ich habe das in eurem Format letztens schon mal erwähnt. Das ist einfach, dass alles so ein bisschen den Reiz verloren hat, wenn man ihm das quasi alles sagen lassen kann, was man will. Und damals musste man halt wirklich noch Schnipste zusammensuchen und Videos irgendwie mit zweimal Speed sichten, bis man genau diesen einen Satz wieder gefunden hat, den man auch im Gedächtnis hatte. Das war schon irgendwie cool, ja. Ja, ich finde es halt auch sehr toll, wie sich manche Sätze halt wirklich einfach etabliert haben. Zum Beispiel, nachts ist es kälter als draußen. Das ist halt so ein Ding zwischen mir und einem Arbeitskollegen, der halt auch tiefer im Drachengame ist, als ich eigentlich anfangs angenommen hatte. Und da kommt halt sowas auch manchmal auf. So nachts ist es kälter als draußen. Oder was braucht Nahrung, um zu wachsen richtig? Wasser, das ist halt, ja. Ja, keine Ahnung. Also manchmal sollte man einfach ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen und nicht alles immer so ernst nehmen. Wäre jetzt meine persönliche Devise. Zumindest, was das ist. Ja, also wenn das irgendwer von mir machen würde, ich würde mich total freuen und fände das auch mega witzig. Und wenn ich da irgendwelche Scheiße erzähle im Hörspiel und eine dumme Rolle hätte, weißt du, dann, ich fände das trotzdem cool. Man fühlt sich auch so ein bisschen geehrt mehr oder weniger, selbst wenn man verarscht wird. Hat ein guter Kumpel von mir mal gemacht. Er hat ein altes Video von mir genommen, wo ich, was hatte ich denn, ich weiß nicht, von irgendwas hatte ich berichtet. Das war so ein Vlog gewesen. Und dann hat derjenige dann halt wirklich als YouTube-Kacke zusammengeschnitten und hat mir das geschickt und ich so. Cool. Gefällt mir gut. Das hast du super gemacht. Nice. Ja, also ich habe da auch kein Problem mit. Ich kann da auch drüber lachen, wenn sowas gemacht wird. Ja. Jo, nächster Kommentar. Timecode eine Minute und 45 Sekunden. Wie heißt der Film im Hintergrund? Also ich nehme mal an. Ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass das, sind das diese Porno-Porn-Geräusche. Nicht nachgucken, jetzt nacht endlich. Ja, Tates, bin das an. Also ich glaube mich zu erinnern, dass ich da irgendwie auf ein random YouPorn-Video gegangen bin und dann einfach das Audio-Input recordet habe. Also ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, das ist aus China Wild, Teil 46b. Nee, das ist einfach irgendwas. Wir werden es auch nie wieder erfahren, die wir rekonstruieren können. Das Video heißt Tanzverbot reagiert auf Dagi Bee. Ah, okay. Jetzt das wird es gewesen. Ach du jährlich. Ja, ja. Ich wollte aber sagen, ich glaube, es bezieht sich in dem Fall auf die Szene, wo das, was ich eben schon referenziert hatte, wo halt die drei Fragezeichen von Bitchcock angerufen werden und man halt die Akustik im Hintergrund hat. Exakt, ja. Aber die Frage habe ich mich auch schon gestellt. Wie heißt der Film? Ich möchte den sehen. Also die offizielle Antwort ist, nein, alles selbst aufgenommen. Das ist noch besser. Volles Commitment für das Spiel. Auf jeden Fall. Wenn ihr den Film sehen wollt, Dina wird bald ein Patreon machen und da könnt ihr dann so Schnipfel sehen. Genau, das ist dann in der ersten Verfilmung von die drei Fragezeichen 1510 mit echten Schauspielern und dann wird das da natürlich auch zu sehen sein, ist klar. Genau. Mit Cameos von Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich ist dann der Priester im Wald, mit dem sich Kalli unterhält. Oh ja, das wäre gut, ja. Das würde ich feiern auf jeden Fall. Also dafür würde ich töten, wenn ich einen von diesen Sprechern mal gewinnen könnte. Also man fragt sich auch, haben die das schon mal über irgendwelche Ecken, wenn auch unabsichtlich, mitgekriegt? Weil es ist ja durchaus so, dass gerade wenn eine neue Fragezeichen-Folge rauskommt und die dann doch viel geklickt wird und man nach drei Fragezeichen sucht, dass es dann irgendwie an siebter, achter, neunter Stelle oder sowas erscheint. Und von daher fragt man sich, ob es da gewisse Berührungspunkte schon gab und wie scheiße die das wirklich finden. Ich fühle das. Ich fühle das, ich fühle das sehr. Ich habe ja eine Fallout-Hörspiel-Serie gehabt, wo ich so ein paar Leute davon angefragt habe, also einen davon angefragt hatte und habe gesagt, ey, darf ich das benutzen, um ein Hörspiel draus zu schneiden? Und jetzt sagt, ja, klar, mach doch mal. Aber ich habe nie Feedback von den anderen Sprechern da bekommen und das würde mich halt, wie du schon sagst, das würde mich mal mega interessieren. Kennen die das? Haben die das schon mal gehört? Finden die das cool? Finden die das scheiße? Ja. Okay, und damit kommen wir zum nächsten Teil der Hörspiel-Reihe. Folge 1511 und das waren die drei Fragezeichen und der klapprige Klabauter-Mann, erschienen am 19.04.2018, sehe ich hier in deiner Kanalliste. Leider war das die Version, die gelöscht wurde. Mit 81.900 Klicks wurde wegen Urheberrechtsproblemen gelöscht. Da lag es dann wahrscheinlich am Intro, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da gab es dann halt nicht irgendwie die Urheberverwarnung, sondern es war direkt gelöscht und ich habe es dann ohne Intro re-uploadet. 2022 irgendwann. Aber viele Kommentare sind dadurch natürlich verschwunden und die Klicks dementsprechend auch. Und darum habe ich jetzt auch nur drei Kommentare von dieser Folge, die ich mal hier in unserem Chat ziehe. Und ich glaube, ich bin wieder dran, kann das sein. Das ist ein Kommentar-Dialog, auch mit Antworten, aber sehr amüsant. Und von LonelyXLost, sie schreibt, ich denke mal, es ist eine Dame, sie hat ein Frauenprofilbild, vielleicht ist sie auch echt, wer weiß. Sie schreibt, absolut uncool und sexistisch, ätzend traurig Typen wie ihr. Und dann die erste Antwort darauf, hallo Franzi Winkler. Und das ist lustig, weil eine Franzi Winkler auch in dieser Folge auftritt. Ja. Die nächste Antwort, Schnauze halten, Grünwählerin, davon distanziere ich mich. Und Ersatzkanal Jens9713 kommt wieder vor. Grüße gehen raus und er sagt, geht zum Lachen in den Keller. Mann, das ist Satire. Ja, also Grüße nochmal an Jens. Und ja, zu Franzi Winkler, wer es nicht mehr vor Augen hat, eine Protagonistin, der drei Ausrufe zeichne, die in dieser Folge Kommissar Kalli zugeteilt ist als eine, ich weiß nicht mehr ganz, Assistentin oder sowas, die ihn ein bisschen überwachen soll, weil die Frauenbeauftragte der Polizei ein bisschen Probleme mit ihm hatte. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir nicht vorstellen, er ist ein korrekter Typ. Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir jetzt auch nicht denken. Auf jeden Fall. Nee. Und die ist eben auch etwas feministisch geprägt, sag ich mal. Also fand ich diesen Kommentar sehr passend und hat mich amüsiert, doch. Ja. Ich musste Tates tatsächlich aufklären, dass diese Franzi Winkler tatsächlich existiert. Und zwar in den drei Ausrufezeichen. Das wusste er nicht. Und das habe ich ihm dann so nebenbei mitgeteilt. Und das hat mein Leben nicht schlechter gemacht. Nee, aber ich musste es da trotzdem mitteilen, weil das, ich fand die Referenz super, weil ich habe eine sehr geteilte Meinung über die drei Fragezeichen, äh, Ausrufezeichen meine ich. Ja. Weil die halt qualitativ, ohne jetzt sexistisch klingen zu wollen, nicht ganz so an das Original rankommen leider, muss ich gestehen. Also das ist auch von Europa produziert, ist auch eine ganz nette Idee. Nein, sie haben halt... Es ist halt nicht das Gleiche. Sie haben halt auch sehr, würde man heutzutage sagen, sehr sexistische, äh, Titel. Also ihre Fälle heißen, also so im Gegensatz zu den drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen und der Drache, drei Fragezeichen und der Böse, hast du nicht gesehen? Und dann, ähm, hast du dann was vom Schlage eines, äh, die drei Ausrufezeichen und das lila, äh, Pony-Tipp oder sowas? Oder popst du dir... Sinngemäß, ja. Popstar in Gefahr oder, äh, äh, Ärger im Reiterhof. Kandal beim Modewettbewerb, irgend sowas. Ärger auf dem Reiterhof. Es ist halt wirklich schon das Klischee von Mädchen und, äh, ich... Nagellack in Gefahr. Ja, ich dachte mir dann immer so, also ich kenne tatsächlich in meinem Bekanntenkreis durchaus die ein oder andere Dame, die auch ein sehr, sehr großer Fan der Fragezeichen ist. Deswegen ich mir so denke, muss man das jetzt wirklich nochmal als Mädchenserie rausbringen? Also kann man natürlich machen, aber ist es nicht irgendwo ein bisschen unnütz, wenn Leute sich sowieso die Originalserie anhören? Naja, es ist halt eine andere Zielgruppe größtenteils. Ich denke mal, dass halt dann wirklich auch Leute, die jetzt nichts mit den drei Fragezeichen zu tun haben, deutlich ein bisschen gecatcht werden. Und dann interessiert einen halt der, das lila Pony, das verletzt wurde oder so, keine Ahnung. Ja, die, ich meine, die Storys waren halt, ich hatte halt tatsächlich, weil ich das damals, äh, das hatte ich ja in der Folge schon erzählt mal, ich hatte ein Praktikum in der Bücherei gemacht und habe halt wirklich, äh, diese Folgen gesehen, weil die haben die da, äh, zum Ausleihen da gehabt und ich habe die halt mit nach Hause genommen und habe sie mir wirklich mal angehört, weil ich wissen wollte, was das ist. Und dann so, oh, okay, okay, ja, die, äh, der, äh, der, ja, okay, warum? Besser oder schlimmer als Dreamland? Äh, besser tatsächlich, also das kann ich sagen, es ist besser als Dreamland, weil es ist ja auch trotzdem von Europa produziert und die haben sich auch Mühe gegeben. Rein soundtechnisch ist das okay. Okay, die Storys sind halt, äh, ja, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, nicht so ganz so gut, aber, ja, ansonsten. Ja, qualitativ kann man das auf jeden Fall, äh, mit den drei Fragezeichen gleichsetzen, es ist halt nur von der Story her nicht, nicht so, muss, muss man sich jetzt nicht ahnen, hast du jetzt nichts verpasst. Ja, aber halt dadurch, dass die eine auch Winkler heißt, war das dann doch irgendwie ganz lustig und dann musste sie natürlich einen kleinen Gastauftritt haben in dieser Folge. Das ist halt auch utopisch, du musst dich doch tatsächlich fragen, ob die Leute, die diese, die diese Hörspielserie rausgebracht haben, ob die nicht mal schon mal von Rainer Winkler gehört haben und sich dann im Nachhinein so fragen, Moment mal, das war jetzt vielleicht nicht so die schlauste Idee, den Charakter so zu nennen. Ja, es ist ja, glaube ich, mittlerweile ist das egal, äh, wo du bist, wenn du Winkler mit Nachnamen heißt, ist halt schwierig, weil es automatisch gleich, oh, Herr Winkler, ja, es ist, äh. Mh, definitiv. Ja. So. So. Da Tails ist wieder dran. Ja, ja, dickstick, YouTube ist der größte Mobber der Welt. Würde ich so unterschreiben, ja. Und der größte Heder. Ja, ich glaube, das hat der Drachenleut damals auch gesagt und, äh, der muss das wissen, der kennt sich aus mit Mobbing. Ja, er ist ja, er ist ja, er ist ja, er, er ist, äh, er als, äh, anerkannter Ex-YouTuber muss das wissen, also. Ja. Als Ex-Mobbing-Opfer. Ja. Hm. Ja, spielt hier wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, dass wirklich jetzt nicht jedes Video, so, in dem irgendwie Drachenleut vorkommt, gelöscht wird und der Kanal gebannt wird. Ja. Weil, ja, heutzutage ist ja halt auch alles Mobbing, das ist ja auch so ein Problem, dass irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwer sagt zu einem Doofnase im Internet und dann ist das Cybermobbing und ganz schlimm und muss gemeldet werden. Ja. Ich hab das Gefühl, das ist so ein bisschen, äh, verwaschen, dieser Begriff. Und dann wertet natürlich das wirkliche Mobbing, was es gibt. Wenn du dich halt nicht auf den Diskurs einlässt, äh, kannst du halt schreien, Mobbing, 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 dann, dann, äh, musst du dich halt nicht mit der Person auseinandersetzen, die dich eventuell kritisiert hat. Wenn, wenn zum Beispiel ein Tales unter mein Video schreibt, oh, trägst du, du elender Penner, das ist total schlecht produziert, dann kann ich halt sagen, boah, das ist Mobbing. Ähm, anstatt ihn mal zu fragen, warum ist das, warum findest du das denn so? Warum, was hab ich denn, äh, was in meiner Produktion hat dir nicht gefallen? Nee, lieber, lieber ist es einfacher zu sagen, okay, ich werde gemobbt. Ist halt das, das Fehlen einer gewissen Kritikfähigkeit, find ich, äh, was, was halt bei vielen Content-Creatoren heutzutage so ein bisschen mit einhergeht, glaub ich. Ja, die Hutschnur bei den Leuten, die, die Zündschnur ist halt bei vielen Leuten sehr, sehr kurz in den letzten Jahren geworden. Wo du früher gedacht hast, pff, irgendjemand im Internet sagt irgendwas über mich. Ich, ich mach den PC aus und der kann mich mal, um es jetzt böse zu sprechen, äh, aus, auszusprechen. Ähm, und heutzutage fühlt man sich sofort, oh mein Gott, der hat mich angegriffen, den mach ich jetzt fertig, da mach ich ein Reaction-Video, da mach ich sonst was. Äh, ja. Ich glaub, die haben, die haben tatsächlich, also viele haben tatsächlich, glaub ich, von Rainer die falsche Lektion gelernt. Nicht, ähm, wenn du, wenn du jetzt einen Hasskommentar bekommst, das einfach stehen zu lassen, sondern, nein, ich muss mich da jetzt drüber aufregen, ja, weil, generiert ja Aufmerksamkeit, wenn man das macht. Ich mein, ich mein, ich hab auch schon Kommentare bekommen, äh, wo jemand gesagt hat, alles schlecht, alles scheiße, jeder Charakter schlecht besetzt und so, die Einzige, äh, die wirklich einen guten Job gemacht hat, war die Katze. Und dann hab ich halt gesagt, also ich fand's jetzt gar nicht mal so schlecht und Dankeschön für die Katze, da hab ich zwei Monate lang für trainiert. Ja. Also, ja, was willst du machen? Ähm, aber es gab halt auch schon Leute, wo die gesagt haben, ja, hier, bei der Stelle, da fand ich das und das nicht gut. Und dann sag ich, okay, es ist legitim. Ja, eventuell verbessert man sich ja auch durch so einen Tipp, durch so eine Kritik und kann das dann annehmen. Genau. Genau, genau. Oder halt auch, wenn du, wenn, oder wenn du halt was eingesprochen hast und ich geb jetzt Drexi oder dir irgendwie Takes und merke so im Nachhinein, ah, da hättest du aber nochmal nachbessern können oder da bist du übersteuert und so weiter und so fort. Ähm, deswegen hab ich eine große Liebe und gleichzeitig ein bisschen Hass auf mich selbst als Willy Wonka, weil ich fand die Rolle großartig. Ich sag immer noch, das ist eine meiner Lieblingsrollen, die ich jemals gesprochen habe, aber es gibt halt so eins, zwei Stellen, wo ich sage, oh, da hättest du mal ein bisschen vom Mikro weggehen können. Aber ich hab's halt gelernt und jetzt, äh, wenn ich jetzt was abgeben würde, passiert mir das nicht mehr. Ich hab meine Lektion gelernt. Gesunde Kritik ist halt auch in Ordnung. Ich find das auch nicht schlecht, sich selber kritisch zu betrachten. Ähm, ich, mir geht's ja ähnlich tatsächlich mit dem, mit dem Pater Frommer in der, äh, ein, drei Fragezeichen-Folge. Hätte ich im Nachhinein auch komplett anders gemacht, als ich das da abgegeben hab. Aber, ja, mein Gott, das ist halt, ne, für den Zeitpunkt. Es ist halt einfach so, dass, dass viele sich nicht mehr, oder das, ich glaub, viele haben einfach nicht mehr dieses, dieses Selbstbewusstsein, wenn sie sich halt ihr, ihr Werk angucken, dass sie sagen, ja, äh, äh, das ist gut. Und wenn sie dann halt Gegenwind bekommen, dass sie gleich einknicken. Nein, man kann auch ein Stück weit stolz auf das eigene Werk sein und halt auch sagen, okay. Ähm, man kann halt auch ein bisschen Kritik annehmen, ohne gleich aus der Haut zu fahren. Das ist halt, das verstehe ich halt nicht. Also, genau. Meistens wird ja das Werk kritisiert, das Resultat und nicht die Person an sich. Gut, beim Drachendor war es jetzt meistens die Person an sich. Ja, ja. Aufgrund diverser Aussagen, aber ja. Aber da gab es halt noch kein Werk. Ja. Ja. Ich meine, das Interessanteste, was er jemals gemacht hat, war halt Projekt Brot und Brötchen. Ja, und, äh, natürlich, der Evergreen, äh, drei, äh, drei, äh, Gott, vier Drachen und der Metal. Ja, da wollte ich gerade einen Spruch erheben, aber du hast es noch erwähnt. Ich fand das schon lustig. Schon allein das Intro legendär. Also, ich musste immer wieder lachen, wenn ich das gesehen habe. Ja, es ist halt, du merkst halt trotzdem, du merkst halt trotzdem, dass er keine Ahnung hat, was er da macht. Er wirkt halt so, selbst in seinen Takes, die er verwendet hat, wirkt er so komplett planlos. Ja, und immer diese langen Pausen zwischen den Dialogen. Das ist das Gemeine. Es hat halt Unterhaltungswert und ich glaube, dafür hat ihn jetzt noch niemand so wirklich gehatet, weil es ja auch irgendwie sympathisch ist und amüsant. Es lässt ihn halt auch sympathisch wirken, ne? Also, wenn du jetzt halt nicht weißt, wer die Person ist, die dahinter steht, ich hab, als ich mir die das erste Mal gehört, hab ich, oh, ist ja ganz nett. Also, ja, es ist halt schlecht produziert, aber, ja, gelacht hab ich trotzdem an der einen oder anderen Stelle, also, ja, warum nicht? Und das gilt für, ich find, für, auch diese, der Kurzfilm der Idioten fand ich jetzt auch, äh, für seine Verhältnisse war das gar nicht mal so schlecht produziert. Ja, es ist halt nicht gut produziert, aber für seine Fähigkeiten ist es ganz gut gewesen. Ja. So. So, ich hab mal den nächsten Kommentar rausgesucht von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kaiwieburg2637, ähm, hat, äh, kommentiert, ganz schlecht. Übersetzt in Deutsch. Warum auch immer das da runtersteht. Ganz schlecht, ganz schlecht, das Theater vergessen. Ach, siehste, da, da hat mein, mein, ja, egal, ganz schlecht, ja. Da hat, da hat ihm der Blitz beim Scheiß, äh, was? Was immer der Künstler uns damit sagen möchte. Ja. Also, ich fühl mich gemobbt durch diesen Kommentar. Wo bist du gerade schon, oder? Werdet ihn melden. Ja, also, Kaiwieburg2637, mach dich mal bereit. Ein Anwaltsbrief kommt jetzt. Du hast Scheiße am Arsch, ja. Am Montag gibt's ne feldige Anzeige, wie jung. Ja, fiel ich gut. Gut, ich glaub, dann können wir zur nächsten Folge voranschreiten. Du hast wieder die Konversation, ja. Oh, warte, ich sehe too many Uploads, weil es elf Kommentare sind. Ich lade mal nur zehn hoch und den anderen hinterher. Ja. Sind mal ganz, äh, einfallsreich, so. Dauert einen Moment. Ach, das ist dieselbe? Guck mal. Okay, ich glaub, dann bin ich wieder dran. Wir fangen an mit, äh, Brigitte Wilms. Die Brigitte schreibt, sorry, aber das sind mir echt schon keine Witze mehr. Über Juden Witze machen. Danke, nein. Wo bin ich hier reingeraten? Ähm, das ist, ja, ich muss erst mal die Folge einordnen. Und Verzeihung, das ist der Mord im Intercity Express, Folge 15, 12. Und ich überleg grad, wo sind denn da Judenwitze eingebaut, ehrlich gesagt? Nee, der... Hab ich jetzt gar nicht vor Augen. Vielleicht irgendwas von Axel Stoll, der da irgendwas vom Stapel ist. Der... Wie heißt der denn jetzt? Der eine, der halt da im Zug unterwegs ist, der, äh, 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 sagt das, glaub ich, das eine, die ein oder andere, äh, Aussage. Ja, mein Gott, das ist halt ein Witz. Meine Güte. Das ist halt, jede, also, wenn du danach gehst, dann dürften halt auch so Sendungen oder Serien wie Family Guy oder South Park oder Simpsons, dürften halt auch keine Witze darüber machen. Ja, das ist halt, keine Ahnung, ich verstehe das halt nicht. Ja, klar. Das ist ja der Punkt. Ja. Ja, das ist ja kein Hate. Keiner hat was gegen Juden. Du machst dich halt über irgendwelche Klischees lustig, könntest du genauso gut über Christen, über Moslems, da ist es dann schwierig, aber man sollte es trotzdem machen. Oder über sonst viel machen. Frauen, Männer, was weiß ich, weißt du, das, man darf das halt nicht immer als, als Hass oder Hetze oder sonst was interpretieren. Das ist einfach, über jeden darf man sich lustig machen. So sollte es zumindest sein. Ja, jeder Mensch hat das Recht, dass man sich über ihn lustig macht. Also, ich verstehe halt nicht, warum man bei, weißt du, wenn man halt sagt, okay, ja, der Witz ist okay oder der Witz ist okay, aber das, das geht mir zu weit. Nee, es gibt nur mal bei, auch besonders bei schwarzem Humor gibt es halt keine Grenze. Natürlich kann man das geschmacklos finden, aber es ist ja trotzdem legitim, dass man es trotzdem sagen darf. Und wenn du halt einen Witz machst, ja, wenn du den nicht witzig findest, gut, dann findest du den nicht witzig. Aber es macht den Witz selber nicht schlechter. Genau. Allerdings auch nicht besser. Das muss man auch dazu sagen. Es ist halt, Humor wie halt alles andere ist halt subjektiv. Du kannst es halt subjektiv gut finden oder subjektiv scheiße finden, aber es ist halt, ne, nimmt dem, dem, dem Ding nicht seine Daseinsberechtigung in dem Fall. Ja. So. Thales ist wieder dran. Ja, ja, ja. Ersatzkanal Jens9713. Ja, wieder. Vor sechs Jahren arbeitet. Erster. Krinses, Meini. Da bin ich gespannt. Angepinnt sogar. Erster Kommentar. Also, wie gesagt, er ist ja der Protagonist dieser Folge und von daher finde ich es schon ganz cool, dass er das gut findet, dass er da vorkommt, dass er da auch durchaus verarscht wird und auch, ich glaube, nicht ganz so nett behandelt teilweise, aber er ordnet das halt richtig ein. Er freut sich irgendwie, dass er da vorkommt. Und er hat ja sogar auch im Intro einen Satz gesprochen. Ich glaube, Affenkeks damals hatte Kontakt zu ihm. Und der macht das halt richtig. Ich meine, der hatte ja auch so ein bisschen Probleme und mehr oder weniger mit Hate und der hat halt irgendwann verstanden, okay, ich nehme mir das nicht so zu Herzen. Ich rede mit den Leuten und keiner will ihm was Böses. Und von daher fand ich es auch cool, dass er da geschrieben hat und zu Recht angepinnt, meiner Meinung nach. Ja, das macht dich halt auch an den... Also, erzähl du erst mal, Affenkeks. Ich wollte ihm nur sagen, das ist halt auch das, was Rainer nie verstanden hat. Wenn er mit den einen Leuten da Bier, die ihm eine Wurst angeboten hat, gesagt hätte, ey, ich komme hier, Leute, ich hole nochmal ein Bier oder so. Ja. Ja, warum liegt da die Wurst? Ja, wenn er gesagt hätte, ey, ich hole hier nochmal ein Sixpack Bier, dann können wir hier grillen und so weiter und so fort. Das wäre ein ganz anderes Licht geworden. Aber er hat einfach sein Ego-Ding durchgezogen. Ich meine, ich werde ja von Tails sowieso immer konstant verarscht, so privat. Also, von daher, ich hätte halt über sowas auch gelacht. Ganz ehrlich, ich bin halt sehr selbstironisch, was das angeht. Ich kann das vollkommen verstehen, wenn man mal über irgendwas lacht. Das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst es verstehen, wenn man darüber lacht. Also, wenn du, du lachst ja grundsätzlich immer über mich. Also, von daher, das ist ja... Ja, soll ich heulen, oder was? Ja, bitte, das nächste Mal. Aber mit Tränen, sonst ist das nicht authentisch. Das ist, glaube ich, die Definition von heulen. Es gibt... Moment mal, was ist mit den Menschen, die keine Tränensäcke haben? Machst du jetzt hier... Schämst du jetzt die Leute ohne Tränensäcke, oder was? Also, Hashtag Cancel Tales of Cthulhu. So, nächster Kommentar. Kiki-Ki.6118. Schöner Name, gefällt mir. Na, und dann hat Kiki aber gerne gerufen. Äh, Masken und Hater wird es immer geben. Auf das diese Reihe noch bis Folge 2010 gehen möge. Knut Smiley. Hashtag Liebe. Und Betonung auf Liebe und nicht Liepe. Ja. Das war... Das ist ein schöner Kommentar. Wir hoffen das natürlich auch, aber ich fürchte, soweit werden wir nicht kommen. Nicht in diesem Leben. So aktuell, ich versuche immer so eine Folge pro Jahr zu schaffen. Als nächstes wäre wieder eine Träger-KG-Folge dran. Ich denke auch, ich werde jetzt die Tage mal zumindest mit dem Skript oder so anfangen. Aber mehr als eine Folge pro Jahr ist definitiv nicht realistisch. Und, äh, ich glaube nicht, dass wir die, äh, 16.0 erreichen werden, Freunde. Also, es tut mir leid. Ja. Wir schauen einfach mal. Es sei denn, es gibt Fan-Fictions. Vielleicht könnte man das dann auch fortführen. Das wäre ja auch gut. Oder die KI macht das in Zukunft. Ja, alle Stimmmodelle abspeichern, da passt das schon. Tja, danke an Kiki. Wie auch immer. Das ist bestimmt, das ist bestimmt einfach Michael Pan, der das kommentiert hat. So sieht es nämlich aus. Ja, wer weiß. Kiki, das ist mein Spitzname. Ist das schön. Ja. Grüße gehen raus an Michael Pan. Der das definitiv, der wird als erstes kommentieren. Das wär's doch, stell dir mal vor. Also, keiner darf kommentieren, bis diese Person kommentiert hat. Ja. Ähm, ja. Es schreibt MaxFNS. Oh, ich hasse eigentlich alle, die sich an Mobbing-Aktionen von Rainer etc. beteiligen. Aber sowas ist einfach nur unfassbar cool und lustig. Ich habe mich schon ewig drauf gefreut. Oh. Ja, gut. Ja, was soll ich davon halten? Ich würde nicht pauschal jeden hassen, der sich an Mobbing-Aktionen, an sogenannten Mobbing-Aktionen gegen Rainer beteiligt. Weil das ist ja auch wieder sehr im Sinne des Betrachters und sehr, ein sehr weitreichendes Gebiet, sag ich mal. Aber es freut mich trotzdem, dass das Hörspiel gut ankommt und hier diese strenge Regel doch irgendwie umgehen kann. Dankeschön, Max. Blechmamba. Gerüchte besagen, dass man Fetty Norris im Internet, insbesondere im Teamspeak, unter anderem Namen, unter dem Namen Demon oder Dämon anzutreffen. Unter dem Namen Dämon antreffen kann. Ja. Ja. Wer weiß. Wer weiß. Ja, das ist eine natürliche Reaktion darauf. Ja, immer. Ja, man sagt, er hat eine ähnliche Sprechweise wie dieser Dämon, aber ich glaube, das sind zwei völlig verschiedene Personen. Beide ihrerseits haben nichts, überhaupt nichts mit dem sogenannten Drachenlord zu tun. Nee. Das wäre eine bösartige Unterstellung. Ja. Er ist nicht der Drache, verdammt. Weißt du, da hat er doch gesagt. Ja. Ja. Ich möchte übrigens nochmals, ich habe es schon einige Male angemerkt, aber ich möchte nochmal meinen Respekt für den Namen Fetty Norris aussprechen. Ich finde das... Herzlichen Dank. Das sind die einfachen, die simplen Dinge, weißt du. Bitchcork, Fetty Norris, die einfachen Dinge. Ja, mit sowas kann man mich schon... Ich bin sehr einfach zu begeistern. Mit sowas geht das sehr, sehr schnell. Ja. So, wen haben wir denn? Das funktioniert halt besonders gut, wenn Sender und Empfänger ähnlich primitiv sind. Das ist richtig. Genau, was haben wir denn da? Genau. Oh, Assad-Duel-Nami. Nami? Ja, Nami. Okay. Vor vier Jahren. Sollte ein Teil der Germanistik... Sollte ein Teil des Germanistikstudiums sein. Dina Duncan ist tatsächlich eine deutsche Literatur-Koryphäe geworden. Oh, das ist süß. Danke. Ich fühle mich geehrt. Ja. Ja, es wird irgendwann... Bleiben mir doch direkt die Worte weg. Also keine Ahnung. Aber durchaus unterstütze ich diesen Vorschlag. Ja, es wird irgendwann wahrscheinlich ein Studienfach geben. Da werden dann einfach deine Lesungen der Reiner-Geschichten einfach gezeigt, damit man sich das nicht selber durchlesen muss. Dann kann man eine angenehme Stimme lauschen und es ist nicht traumatisiert für den Rest des Lebens. Den Fehler habe ich nämlich gemacht. Ich habe es nicht angehört, ich habe es selber gelesen. Und ich glaube, wenn du jemand anderen leiden hörst dabei, dann fällst du dir selber auch etwas einfacher. Das ist richtig, ja. Aber ich bin tatsächlich mal dazu eingeschlafen. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ich hatte das mal angemacht. Ich glaube, das war deine Lesung von Die Antwort auf die Träume. Und ich war so kaputt, dass ich dann tatsächlich einfach weggeknickt bin. Also das war... Ich glaube, ich habe die erste Szene noch geschafft, wo die gute Karolini ihn besucht. Und danach war ich dann weg. Koma. Ja, mein Körper wollte einfach nicht mehr. Okay. Christine C... Ah, ne, Quatsch. Ja, okay, dann behalten wir noch die Reihenfolge bei. Und dann mache ich die Christine. Christine C, A, D. Dass ein so tiefes Niveau eine so große Masse anspricht, finde ich, ist wirklich erstaunlich. Ich hasse nicht. Viel Spaß jedem, der so komische Ausdrucksweisen unterhaltsam findet. Ich hätte ahnen müssen, dass das nicht gerade eine hoch... Oh je, was... Dass das nicht gerade ein hochachtungsvoller Fan von diesen Geschichten ist, sondern eher einer, der es vorzieht, das durch den Kakao zu ziehen. Und das auf eine Art, die mir deutlich missfällt, auch wenn die Qualität der Aufnahme 1A ist. Nix für mich. Echt schade. Wir hatten es gerade mit Germanistik. Wo fange ich an? Also gut, das mit der großen Masse stimmt tatsächlich. Das Hörspiel hat, glaube ich, über 170.000. Ich muss gleich nochmal nachschauen. Klicks. Viele davon sind aber, glaube ich, verirrte Schafe, die da irgendwie draufgeklickt haben. Ja, zum anderen Punkt. Ich finde, das widerspricht sich nicht, ob man Hochachtung... Dass man Hochachtung vor etwas hat und es durch den Kakao zieht. Ich finde, das geht durchaus beides. Und ich denke, ich tue auch beides. Und dennoch freue ich mich noch über das Lob am Schluss. Also siehst du, die Leute können mich nicht mal haten, ohne auch noch irgendwie einen Lob anzuhängen an dem Schluss. Ich würde halt tatsächlich die kontroverse Theorie in den Raum stellen, weil wir uns das schon so geschwollen ausdrücken, wie die Dame es hier getan hat. Oder der Herr oder was auch immer. Du musst tatsächlich, wenn du etwas wirklich gut parodieren willst, solltest du schon Fan davon sein. Du solltest es halt verstehen. Du kannst dich ja nicht hinsetzen und ein Werk parodieren, was du gar nicht verstehst, beziehungsweise was dir gar nicht gefällt. Um halt wirklich eine gut dargestellte Parodie zu machen, musst du halt das Werk, was du da parodierst, musst du kennen. Musst du wissen, wie es funktioniert. Musst du halt wissen, okay, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Und dann kannst du eine gute Parodie, dann kannst du nämlich nehmen, was gut funktioniert oder was halt ikonisch ist. Ich finde, du musst es halt kennen. Und man merkt ja durchaus an den drei Fragezeichen, dass du mit dem Source Material vertraut bist. Es würde halt nicht gehen, wenn du das nicht kennen würdest. Du kannst nicht sagen, okay, ich schreibe jetzt so eine Geschichte wie die. Oder ich mag diese Geschichte nicht. Dann weiß ich nicht. Da würde man sich, glaube ich, nicht so damit befassen. Das ist jetzt meine Theorie. Das ist halt ein schmaler Grad zwischen bösartiger Schmäh und liebevoller Hommage bzw. Satire. Also, wenn du halt weißt, okay, die drei Fragezeichen haben halt zum Beispiel diese Macke, dass sie uralt Sounds benutzen, wo du denkst, das ist nicht das, was ihr da ausdrücken wollt. Aber es gehört halt dazu. Solche Sachen. Aber wenn du einfach nur sagst, das ist scheiße, das hilft auch niemandem weiter. Oder wenn du zum Beispiel eine Szene schneidest und sagst, okay, wir sind jetzt draußen und dann hast du ja trotzdem Raumhall dabei, weil die drei Fragezeichen halt immer Raumhall haben, dann ist es ja nicht, schmäht das ja das Produkt nicht, sondern es ist ja einfach etwas, was sehr witzig ist, was halt auch schon von vornherein dabei ist. Aber das ist keine Ahnung. Damit greifst du ja das Werk selber nicht direkt an. Du würdest halt das angreifen, wenn du sagst, boah, die drei Fragezeichen haben Raumhall. Wie scheiße ist das denn? Das ist halt, finde ich, den Unterschied, den viele nicht verstehen. Wenn du halt das Produkt nicht mögen würdest, dann müsstest du es doch auch gar nicht parodieren. Dann kannst du es doch einfach ausmachen. Stimmt. Ja, schön gesagt. Danke. Habe ich jahrelang viel geübt, um das endlich mal sagen zu können. Ja, ja. Hat heute mich die ganze Zeit funkelschwallt. Hab Rutzpo zuschwallen. Ich freue mich auf den nächsten Kommentar, den du jetzt vorliegst. Oh, er freut sich jetzt. Ich hab den schon mir aufgemacht. Neidhart, der Blitzschnelle. Habe mich köstlich unterhalten. Jedoch sind mir als Eisenbahn-Fan ein paar Ungereimtheiten aufgefallen, über die ich mal einfach, um mit meinem Wissen zu flexen, fachsimpeln will. Also. Die Route des Zuges nach Leipzig ist Marburg, Köln, Amsterdam. Nun, der Bahnhof Marburg, Klammer auf, Lahn, Klammer zu, liegt an der Main-West-Strecke. Diese hat ihren südlichen Endpunkt am Bahnhof Frankfurt am Main. Und ab da nun nach Köln zu kommen, müsste der Zug über die komplette Strecke Mainz-Frankfurt sowie über die komplette linke Rheinstrecke fahren. Nachdem der Zug ab Köln-HBF weiterfährt, fährt er über die gesamte Köln-Düßburg-Strecke. Zwischen Duisburg-HBF und Oberhausen-HBF über die Duisburg-Dortmunder-Strecke, die gesamte Oberhausener-Anhheim-Strecke und zu guter Letzt über die gesamte Anheim-Amsterdam-Strecke. Wo liegt da jetzt der Fehler? Ich habe keine Ahnung. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Ich bin einfach ausgestiegen. Ich habe nach dem ersten Absatz aufgehört, zuzuhören. Das tut mir leid. Nun, um die Reise fortführen zu können, wäre in Frankfurt-HBF ein Fahrtrichtungswechsel notwendig. Bei einem Triebzug wäre das kein Problem. Jedoch erfahren wir durch Justus Dialog, dass es sich bei dem Zug, mit dem unsere Helden reisen, um eine um ein Lockgespann-Garnitur handelt. Oh Gottes Willen. Und selbst wenn am Ende ein Triebwagen wäre, so ist der nach der Ankopplung des Nazi-Goldwaggons komplett nutzlos. Ja gut. Er hat die Logiklücke in diesem Hörspiel gefunden. Er hat mich erwischt. Ja. Ich schäme mich. Ja. Das nächste Mal mehr recherchieren. Denke ich auch. Also ich frage mich halt, weiß der das irgendwie auswendig? Ich denke schon. Oder hat der das jetzt so detailliert nachrecherchiert und da wirklich Zeit reingesteckt? Und ich fände beides eigentlich erschreckend. Aber jetzt ist es kein Hate. Ich finde das irgendwie auch lustig. Man muss es halt respektieren, dass er sich die Mühe gemacht hat, diesen langen Text zu schreiben. Also es ist halt auch nicht einfach. Puh. Ja. Aber jetzt. Also ich kenne die Strecke, die er meint. Die bin ich nämlich auch schon gefahren. Eine Zeit lang. Aber. Also kannst du das jetzt bestätigen? Nein. Ich kann nicht bestätigen, dass das so richtig ist, wie er das gesagt hat. Ich kann halt nur sagen, dass du halt, um da hinzukommen, also den ersten Absatz kann ich noch bestätigen, dass du halt, wenn du da hin willst, darüber fahren musst. Aber, ja, beim Rest bin ich raus. Da kann ich nichts zu sagen. Also wenn du nach Leipzig fahren willst, da, ich bin halt schon öfters in meiner Ausbildungszeit nach Leipzig gefahren oder über Leipzig gefahren. Deswegen kenne ich die Strecke. Aber, meine Güte, ja. Ja, das ist interessant. So, ich habe dafür einen relativ kurzen Kommentar. Das ist sehr schön. Ja, Von Doris Schauer 1101. Äh, gutes Hörspiel. Aber die Aussprache könnten sie etwas ändern. Mit E. Ändern mit E geschrieben. Ändern. Einfach enden. Die Aussprache könnte einfach enden. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Aussprache genau gemeint ist, leider von, vielleicht denkt die, ich spreche die drei Fragezeichen immer falsch aus und das ist ein Irrtum. Das mit E, ich glaube, genau. Dann sage ich immer Fragezeichne, weil ich einen Sprachfehler habe. Durchaus. Oder generell, jede Rolle könnte ihre Aussprache ändern. Für deinen Gartner zum Verschönern. Weißt du Bescheid. Brauche ich leider mehr Details, um diese Kritik annehmen zu können. Ja, es wäre sehr schön, wenn da ein Timecode dabei wäre, dass man zumindest wüsste, okay, das ist damit gemeint. Aber das versuche ich immer zu machen, wenn ich irgendwas wirklich Spezifisches kritisieren will oder anmerken möchte. Dann suche ich mir den Timecode raus, schreibe rein, okay, XYZ. Ah, okay. dass derjenige, der halt das Video gemacht hat, auch weiß, was genau ich meine. Ja, so mache ich es zumindest. Ja, aber trotzdem, das gute Zuhörspiel ist schön. Auf jeden Fall. der Nächste. Der Nächste, der Nächste. Andrea Lichetti. Sorry, das geht mal gar nicht. Das ist kein Bissl, die drei Fragezeichen. Schön versaut geworden. Echt schade. Eine Antwort darauf, das wurde doch in den ersten 30 Sekunden gesagt. Ja, sage ich ja auch, das ist der Disclaimer. und der Nächster Kommentar darauf wiederum. Doch, das sind die drei Fragezeichen. Tatsächlich sogar, muss man wissen. Ich respektiere die letzte Aussage, ja. Also ich, wahrscheinlich ist das schön versaut geworden. Sarkastisch gemeint. Ich fasse das jetzt mal so auf. Ich denke, ich denke, ich denke mal, dass es einfach so schön, ähm. Oder ich habe es versaut. Meinen Sie das vielleicht so? Genau, ich bin mir nicht sicher. Genau, das denke ich. Weil ja durchaus auch erotische Szenen vorkommen in dieser Episode. Ja, es wirkt halt so, ein bisschen schizophren, dieses, das sind nicht die drei Fragezeichen, aber schön versaut geworden. Nee, echt geil. genau. Echt schade. Ja, ja. So. Das muss ich mir mal öffnen. Mecco TV-Show. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde das total gruselig und grausam, dieses Hörspiel. Die haben ja nichts mit dem Original zu tun. Ach, echt? Die Sprecherstimmen sind langweilig und ich nehme den Leuten auch die Rollen nicht ab. Ich höre hier genau raus, wie der Text einfach nur abgelesen wird. Wenn ich an die Originalsprecher denke, ja, bezahlte Schauspieler, denke ich, bei denen klang das alles viel professioneller und auch echter. Schade, ich habe mich, ich habe mir mehr erhofft, als ich das hier gesehen habe und einfach nur ein Drei-Frage-Zeichen-Hörspiel hören wollte. Mir gefällt es gar nicht und ich meine, und mein größter Wunsch wäre, bitte hört auf damit. Ihr zerstört einen Kult. Sag mal, wie dünnötig musst du denn bitte sein? Ja, schwierig. Schwierig. ja. Ja, also wenn man jetzt mal ernsthaft auf diesen Kommentar antwortet. Ich meine, man muss ja mal das Produktionsbudget zum Beispiel vergleichen. Das sind bei mir die Stromkosten vielleicht und Zeit, die investiert ist. Ich denke mal, was schätzt ihr denn, was so eine Drei-Frage-Zeichen-Original-Folge mit allen Gehältern und so weiter verschlingt? An Kosten. Was glaubt ihr denn? Also, ich würde sagen, 25 Euro, weil mindestens einmal musst du die Essen bestellen. Vielleicht Energy-Trink, so weiß ich, oder Kaffee, je nachdem. Ja, dann, ich denke, du kannst halt, wenn du jetzt rein, also du musst ja noch die Gage von den Sprechern mit einnehmen, das ist ja auch wahrscheinlich unterschiedlich, was die nehmen, keine Ahnung. Achso. Ja, das ist keine Ahnung. Also, bei einer normalen Folge denke ich, also ich schätze jetzt einfach mal, das ist jetzt ins Blaue reingeraten, wahrscheinlich schon so zwei, drei, vier, fünf, äh, hundert, ne, keine Ahnung, nicht so viel, aber du hast halt keinen, wenn du das halt so machst, wie jetzt die Drei-Frage-Zeichen, da ist ja der oder mehr oder weniger kein Budget. Du nimmst halt die Leute, wie sie da sind. Na, und ich finde halt, dafür, dass es halt ein No-Budget-Produkt ist, qualitativ trotzdem weit über so manchem Mitbudget, muss man halt einfach mal sagen. Also, Marie Thiem hat mir mal geantwortet, dass es wirklich dreistellig sein kann, so ein Hörspiel-Projekt. Je nachdem, welche Sprecher du hast und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, er sagte mir mal richtige, konkrete Zahlen. Ähm, wollten sie nicht tun, fand ich sehr schade. Äh, also habe ich gesagt, ja, dann sehen wir uns in drei Jahren wieder, wenn ich dann das Geld zusammengekratzt habe. Aber wenn das dann nicht reicht, ne, dann bin ich so. Ja, du musst ja, du musst ja auch noch die Leute bezahlen, die jetzt zum Beispiel die Cover-Design, du bezahlst ja wahrscheinlich den Autoren auch noch für, für, für seinen, für seinen Skript, je nachdem, wie viel der halt nimmt. Ja, also ich denke so, keine Ahnung, also ich würde jetzt mal von einem Taui ausgehen, wahrscheinlich, pro Folge. Jetzt rein Produktionskosten, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Gage da schon mit drin ist. Du musst den Mischer bezahlen, du musst, Soundeffekte sind dann wahrscheinlich auch irgendwie lizenziert, die du benutzt, also ganz, ganz viele Sachen. Ja, und wir machen es halt einfach alles selbst. Aber das würde mich gerne interessieren. Eben, wir machen das alles selber. Ich meine, du hast auch eine ganz andere Dynamik, wenn jetzt die Sprecher wirklich zusammen aufnehmen können und in einem Raum sitzen und aufeinander reagieren können. Und natürlich können wir sowas leider nicht machen. Ich fände das richtig geil, wenn das möglich wäre, klar. Aber man, ist ja so ein bisschen eingeschränkt, natürlich. Es haben Tales und ich tatsächlich für eines seiner Projekte mal gemacht und haben halt festgestellt, das funktioniert echt gut. Das ist halt, kriegen halt die Karriere direkt eine ganz andere Dynamik. Und du kannst halt, wenn du selber der Schöpfer bist, kannst du halt direkt deinem Gegenüber so ein paar Anweisungen noch geben, hey, mach das doch mal so und so oder so und so. Das geht halt super, finde ich. So. Ja, du kannst halt den Text direkt vom Gegenüber abnehmen und das ist halt, wie schon gesagt, eine ganz andere Dynamik. Hm. Und das ist, ja. So. Jetzt gucke ich doch mal. Jawohl, dann habe ich jetzt noch 13 Kommentare am Start für die nächste Folge. Kurz noch einen Blick. Ja, mach ganz entspannt. Ich trinke währenddessen mal einen Schluck. Aber natürlich. Wir können ja alles rausschneiden am Ende, auch wenn wir ganz schlimme Worte sagen. Also, falls ihr das machen wollt, könnt ihr das jetzt schnell machen. Boah, das war jetzt aber ein bisschen übertrieben, Tales. Also, nee. Zum Glück konnte ich das jetzt noch rausschneiden. Meine Fresse. Meine Fresse. Schwierig, schwierig. Zensur. Zensur. Tales zensiert mich auch immer. Ich bin, in meinen Outtakes fluche ich auch immer ganz, ganz doll rum. Das schneidet auch immer alles raus. Ja. So, jetzt dann. Also, Folge 15.13 Horror auf der Haida. Sagenhafte 241.000 Klicks. Also, da bin ich echt ein bisschen überwältigt von, tatsächlich. Veröffentlicht am 15.02.2019. Soweit sind wir also schon fortgeschritten. Ach, das mit der Popcorn-Maschine, das war so großartig. Genau. Also, die Folge ist auch tatsächlich noch online und hat inzwischen 248 Kommentare. Tja, und hier kommen die Besten. Ich glaube, Trexy ist dran mit den Ersten. So, ich gucke mal gerade. Ich habe hier den, ich hoffe, das ist der, genau, der Anthony Smith PL1OX. Alter Junge, was hast du für einen Namen? Anthony Smith Bindestrich PL1OX vor einem Jahr. Wo bin ich hier gelandet? Ist das Satire oder richtige Krimis? äh, schwitzender Emoji? Hm. Weiß ich nicht. Das ist ein richtiger Krimi. Ja. Ja, wie definiert man das? Hm. Also, ich würde schon sagen, dass das, dass das sowohl als auch, also, das eine schließt ja das andere tatsächlich nicht aus, würde ich jetzt behaupten. Wollte gerade sagen. Wollte gerade sagen. Du kannst ja einen satirischen Krimi schreiben. Wenn du zum Beispiel den Tatort parodieren willst, kannst du ja trotzdem eine Krimi-Geschichte schreiben. Mhm. Richtig. Und gerade in dieser Drei-Frage-Zeichen-Folge ist es ja wirklich sehr spurenlastig und sie ermitteln und teilen sich auf und suchen und am Ende gibt es einen schönen Showdown. Was will man mehr? Ja. Ich meine, gut, ich finde, dieses Prädikat könntest du halt auch dem, der ersten Folge geben mit dem Zombie von Malt Schauerberg. Sie ermitteln da ja auch und haben ja auch am Ende einen Showdown mit dem Lieben noch nicht Fetty Norris, aber ja, es ist halt trotzdem. Ja, also ich finde, ich verstehe den Kommentar jetzt nicht so ganz. Wieso muss es denn das eine oder das andere sein? Also das verwirrt mich ein bisschen. Ja, vielleicht möchte er keinen Humor in Krimis haben, sondern nur keine Ahnung, Drama, Thrill, was weiß ich. Ja, ich mag meine Krimis so wie, weiß ich nicht. Zu viel zu viel Law & Order geschaut wahrscheinlich. Also gute Serie, aber ja, keine Ahnung. Ich mag, ich mag Krimis mit Humor durchaus sehr, sehr gerne. So. Caroline stöhnte 50803 Ich lächelte und stöhnte. Das freut mich sehr. Ja. Schön. Grüße gehen raus. Ja, beste Grüße an Caroline. Vielleicht sehen wir uns in irgendeiner Fortsetzung der Antwort auf die Träume mal wieder. Wer weiß. Das würde mich freuen. Ja. Ich wüsste gerne mal, wer die Inspiration für diesen Charakter war. Wir werden es nie erfahren. Frau Schweighöfer bestimmt. Verzeihung. Lies deinen Kommentar. Ja. Meikers 3394 Schnell noch YouPorn aufmachen ist einfach zu erklären. Ist einfacher zu erklären. Äh... What? What? Ich vermute, weil die Fragezeichen-Folge peinlicher wäre, als wenn man jetzt auf einer Pornoseite wäre. Ah, oh ja, 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 ja. Ich verstehe, ja. Gut. Ich verstehe und stimme zu. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wer darf da? Ich darf, ich darf. Äh... Leg los. Du musst es sehr oft erwähnen. Sehr oft erwähnen. Äh... Ja, 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 okay. Ich bin ein Mensch. Punkt. Stefan... Stefan Milde 4309 Also, ich bin ein Mensch, der sehr viel Humor besitzt. Aber das hier finde ich eine riesengroße Scheiße! Caps Lock. Die ihr euch damit geleistet habt. Äh... Achso. Gleich bei der Zeile verrutscht. Ich finde es eine Sauerei! Wie ihr die echte D3! Fragezeichen ins Lächerliche zieht. Ich habe sehr viel Humor. Aber ich gehöre nicht zu denen, die über jeden Scheißdreck lachen können. Ach, das Scheißdreck hättest du jetzt auch noch mal Caps locken können. Mann! Was für eine Sau! Ja, wirklich! Aber ich finde es toll, ja, wir so oft... Ich habe auch Humor und dann... Er betont es sogar zweimal, dass er sehr viel Humor hat. Genau, genau. Ich möchte... Leute, die das so oft betonen müssen... Ich möchte kurz mal an der Stelle anmerken, das fällt mir besonders bei dem letzten Satz, aber ich wiederhole ihn gerne nochmal. Ich habe sehr viel Humor. Komma, aber... Ich gehöre nicht zu denen. Weißt du, mit dem Aber könntest du alles, was vor dem Satz gekommen ist, auch einfach vergessen. Natürlich. Ja. Der weiß halt nicht, wie man vernünftig argumentiert... Ja, egal. Ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Übrigens möchte ich an der Stelle anmerken, wer Caps Lock schreibt, hat trotzdem nicht immer recht. Ja. Und ich entschuldige mich für die sensiblen Zuhörer, dass ich jetzt schreien musste, aber das musst du bei Caps Lock nochmal machen. Das war dieser Code. Ich lese gerade den Code, das ist bestimmt so ein Da Vinci Code hier. So, scheiße, Sauerei, die drei, ich. Wenn man das jetzt irgendwie umstellt, dann haben wir die Spur zu unserem nächsten Fall. Das wär's doch. Also, der war ziemlich sauer, als er das geschrieben hat, weil er es nicht lustig fand. Steht ihm ja auch zu, aber er kann ja auch andere Leute das lustig finden lassen. Ja. Es sind halt meistens die Leute, die es mit Klarnamen kommentieren, die dann so richtig echauffieren sich. Ja, ja, das ist halt, das ist, also ich wage jetzt mal die Theorie, ich lehne mich jetzt mal weiß aus dem Fenster, weit aus dem Fenster, dass der gute Mann wahrscheinlich auch schon etwas älteren Jahrgangs war und einfach den Witz nicht verstanden hat. Vermute ich jetzt einfach mal. Möglich, möglich. So. Das nächste ist wieder eine Konversation. Wer ist dran? Du bist die. Dann bin ich, dann bin ich drin. Tanja Moller 3103 Kommt ans Original nicht dran. So eine schlechte Synchronisation. Antwort, lösch dich, Susann, aber zeig vorher noch deine Scheide. Ich distanziere mich davon. Oh, Alter. Und ich glaube auch in dem Kontext kann man doch nicht von Synchronisation sprechen, weil wir, man hat ja kein Bild dazu, zu dem es synchron laufen könnte. Das sind halt die Leute, die nicht wissen, die haben nicht schlecht synchronisiert, wir haben gar nicht synchronisiert. Ich wollte gerade sagen, damit ist der gesamte Kommentar hinfällig. Ja, es ist doch auch nicht das Original. Mann. Also ja, ich verstehe den Grundgedanken, das mit dem Original zu vergleichen, aber meine Güte, es ist halt eine Parodie. Und ich finde, dafür ist halt die Synchronisation, in Anführungszeichen, was sie wahrscheinlich einfach meinte, ist Abmischung, beziehungsweise, wie sagt man das bei uns Hörspielmacher nochmal? Das Eingesprochene einfach. Ist halt, für das, was es halt ist, ist Qualität natürlich sehr, sehr hoch, weil ich habe in den Folgen, die ich gehört habe, nie irgendwie gesehen, okay, der hat jetzt das schlechteste Mikro ever, die waren alle sehr, sehr gut von der Qualität, auch wenn die das nur mit einem so 5-Euro-Mikrofon aufgenommen haben, klang das trotzdem gut. Ja, und es, keine Ahnung, also ich verstehe den ganzen Kommentar nicht, aber das bin nur ich. Und ja, wie gesagt, der letzte, der Kommentar dahinter, ja, ich muss drüber lachen, aber ich distanziere mich auch davon. Das muss nicht sein. Also das löscht dich, ja okay, kann man drüber sprechen, aber angucken wir, das wisst ihr trotzdem. Ja, weiß ich nicht. Mit dem Gucken ist ja nicht so, aber das ist eine andere Geschichte. So, ähm, ja. Ja, stimmt. Tails, du bist dran. Ja. Claudia Adler 5-3-4-6 Es gibt keine 15-30 Folgen. Die letzte war 200. Ja. Sehr scharfsinnig. Möchtest du dich dazu äußern? Ähm, ich würde, ich müsste jetzt, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie alt wären die drei Fragezeichen, wenn es 1530 Folgen geben würde. Wieso überhaupt 30, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also es ist die Folge 15. 13. Ja, da gibt es so keinen Sinn. Dann, es gibt, das ist ja auch groß geschrieben, also, mit Nachdruck geschrieben und gibt es leider auch falsch geschrieben mit G-I-E-B-T. Das ist bestimmt wieder irgendwie. Leider auch nicht legitim, dieser Kommentar. Das ist bestimmt auch ein Akronym für irgendwas. Achso, warte mal. Ja. äh, biegt? Du wolltest fragen, Tails? Wann wurden die, wann, äh, fingen die drei Fragezeichen an? 78? 79? 80. 78. Kannst du dir ja mal ausrechnen, wie lange sie für Folge, äh, bis Folge 200 irgendwas gebraucht haben? Und dann rechnest du das mal hoch, bis sie bei Folge 1530 sind. Warte. Ja, bin ich gerade dabei. Ähm. Das passt irgendwie. Warte, 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 da müssen wir es genauer. 1530. Puh. Weiß nicht. Mathematik Tales. Sie hätten es schaffen können, ne? Ja. Ich versuche gerade zu verstehen, wie so ein Mensch gibt, mit IE schreibt. Drei, also, um die Folge 1530 zu erreichen, hätten die, hätten die drei lockere 33,260869 Folgen aufnehmen müssen pro Jahr. Also, das ist halt sportlich. Ja, schwierig. Also, wenn du nonstop arbeitest und nie wieder schläfst, dann kann man eventuell drüber sprechen, aber meine Fresse. Wie gesagt, das, was mich jetzt so bei dem Kommentar wirklich stört, wo ich, wo ich der Dame gerne mal ein Wörterbuch freundlichst in die Hand drücken möchte, das GE gibt mit IE. Wieso? Ja, und was bewegt einen Menschen dann diese Erkenntnis, die man hatte, dann auch noch zu schreiben? So, ah, guck mal, die Zahl stimmt ja gar nicht. Ich habe herausgefunden, es ist nicht eine original Drei-Frage-Zeichen-Folge oder was ist da der Gedanke dahinter? Ja, weiß ich auch nicht. Um sich wichtig zu machen, würde ich jetzt einfach mal vermuten, das ist jetzt meine krude Theorie, die ich jetzt einfach mal in den Raum spucke. Der nächste Kommentar ist toll. Ja. Wer ist denn dran? Ich bin tatsächlich dran. Okay. Von Ellie White 3941 ist Fetty Norris Drachenlord. Hm. Diese Person hat auch schon viele Detektiv-Hörspiele gehört, man merkt das. Ja. Und ist zu diesem Schluss gekommen. Ja, ja. Obwohl jetzt, wer jetzt wohl die Person das anspricht, hm. Also Indizien sind auf jeden Fall da dafür. Ich würde sagen, dass das... die ist da was auf der Spur. Ich denke auch. Also wir sollten das vielleicht noch mal weiter untersuchen. Wir sollten einen extra Hörspieltalk nur zu diesem Thema machen. Bitte, bitte. Ich bin... Ich setze mal drei Stunden an. Ja. Ist das schön. Wollen wir die Person aufklären oder wollen wir sie umklaren lassen, ob es wirklich so ist? Hm. Wir könnten sie einladen und dann kann sie uns die Ermittlungen, die bisherigen den Stand der Ermittlungen darlegen. Oh, bitte. Und von da an fahren wir dann fort. Das ist eine gute Idee. Wenn du das hörst... All right, wir laden dich herzlich ein. Ja, bitte. Bitte, wir sind jederzeit dafür da. Okay. Gut, ich mache mal weiter. DonSmoothOriginal96 schreibt, Edzadler reicht's. Lasst Morten mal clean werden. Ich habe geantwortet, wird nie passieren, weil der Morten, der drei Fragezeichen, hat einfach ein schwerwiegendes Drogenproblem und er kann auch einfach keinen Job länger als eine Folge behalten. Er wird direkt wieder rausgeworfen und taucht dann an einer anderen Stelle wieder auf, wo er noch mehr Schaden anrichten kann. Ich finde es halt so schön, wo er von denen das Pulver bekommt, ich glaube, in der zweiten Folge und dann so, ich bin wieder da. Aus dem Detektivset. Ja, aus dem Detektivset. Ich frage immer noch, was ist das für ein Detektivset und wo kann ich so eins kaufen? Aha. Ja, ja, Brandbeschleuniger, Motivationspulver. So. L28230 und anstatt die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen benutzt. Hä? Ja. Und dann, warum haben sie andere Namen für die Hauptfiguren genommen? Ich verstehe die Frage. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist ein bisschen verwirrend. Also erstmal, es sind ja keine anderen Namen für die Hauptfiguren genommen worden. Ich habe eine Vermutung, was damit wahrscheinlich gemeint sein könnte. Das bezieht sich wahrscheinlich auf das Intro, weil in den Intros werden ja die Sprecher namentlich genannt. Da wird ja nicht gesagt, Justus Jonas Peter Schoenberg. Ah, ja, richtig, richtig. Siehst du mal, wieder eine neue Erkenntnis. Also ich vermute jetzt mal, dass das damit gemeint ist, aber ja, also das würde mir zumindest den zweiten Kommentar erklären, aber den ersten halt und weiß ich nicht keine Ahnung. Bitte, bitte aufklären, was mit diesem Kommentar gemeint ist. Ich habe keine Ahnung. Bitte macht mal ein, macht eine Reaction oder macht eine, eine Antwort auf unseren, also auf dieses Video hier und dann, dann, dann haben wir Content für über Jahre. Ich wollte gerade sagen, gerne, gerne, also Kommentare kommentieren, werden kommentiert von Kommentatoren, so. Soundmaschine 1467, meine Güte, so ein Schrottscheiß. Hat übrigens einen Like der Kommentar, finde ich interessant. Wahrscheinlich von ihm selbst. Das ist kein Schrottscheiß, das ist ein Wertstoffhandelscheiß, wenn schon überhaupt. Wir wollen ja mal dem Original treu bleiben. Also wenn, wenn man schon so argumentiert, dann könnte es auch ein Wertstoff, Wertstoff, Kläranlagen sein. Egal, ja, finde ich gut. Ich finde diesen Kommentar nicht sehr aussagekräftig, aber, ja. Kann er haben. ja. Ja. Pukki 125 schreibt, mir gefällt das nicht, dass es kein Original ist, nur eine Nachahmung. Ja gut, in dem Fall sollte man keine Parodie anhören, wenn man nur das Original hören will. Das stimmt. Es ist ja nicht so, dass es nicht auf dem beisteht, dass es eine Parodie ist. Ja. Ich verweise wieder auf den Disclaimer am Anfang der Folge, den ich von South Park geklaut habe übrigens. Ich würde, ich glaube, die sind damit okay. Ja, ich denke doch auch. Ich würde halt tatsächlich anmerken, man sollte es vielleicht wirklich für solche Menschen so machen, dass du halt fett eine Minute lang vor dem Hörspiel dieses Parodie als kleines Als Alarm. Ja, als Alarm. So ähnlich halt wie der Meltdown-Alarm, nur halt wirklich mit Parodie. Genau. Und dann nur einfach für die Leute, die immer noch nicht verstanden haben, dass die drei Fragezeichen eine Parodie sind. Also Leute, ihr solltet schon lesen, welche Videos ihr euch anguckt. Nur mal so, also no shame, aber wirklich, lest doch einfach mal, das ist nicht so schwer. Ja. Ja. Hans Kondens 5354 Naja, gut gemeint, ist leider nicht immer gut gemacht. Inhalt und Sprechweise sind einfach nicht wirklich gut. Sorry. Trauriger Idioten-Smiley. Aber Kommissar Kalli ist witzig. Ja. Finde ich auch. Ja, also. Ja. Ne, man muss ihm zugutehalten, er hat es halt nicht kommentiert. Es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, boah. Ja. Ja, und wenn es halt nicht gefällt, meine Güte, ist halt... Ja, es ist ja auch... Er hat es halt richtig gemacht, er hat es halt kritisiert, aber hat es nochmal positiv abgerundet, das ist nett. Weil Kommissar Kalli ist ja jetzt nicht. Naja, das ist doch... Diese Sandwich-Technik, die man immer so verwendet, um das, was man wirklich sagen will, dazwischen verpackt und davor und danach noch irgendwie so ein bisschen was Nettes. Sehr professionell, ich bin begeistert. Danke, ja. Hm. Sandwich-Methode. Ich bin wieder dran und ich habe nichts zu kommentieren, da steht einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Von Diana Mraidi. Ja, Diana Mraidi hat vor einem Monat mit Punkt, Punkt, Punkt kommentiert. Wir haben sie sprachlos gemacht, das schafft ja auch nicht jeder. War das ein Kommentar wert? Ich weiß ja nicht. Hm, gut, lassen wir so stehen. Ja, und das war der letzte Kommentar für heute. Mhm. Ja. Ja, jetzt haben wir doch ein bisschen länger gequatscht, als ich gedacht habe, also das freut mich sehr. Ja, durchaus. Das ist immerhin fast Spielfilm-Länge hier. Kann man schon mal machen. Ja, durchaus. Ja, es sind auch sehr nette Kommentare dabei gewesen, muss ich sagen. Also einige fragst du dich, okay, aber grundlegend war ja die Resonanz sehr positiv, würde ich sagen. Ja. Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Also wird schon sehr viel gelobt. Natürlich sehr viel aus dem Drachen-Game selbst, aber ich glaube, wie gesagt, das hat sich auch schon so ein bisschen selbstständig jetzt, dass auch die Leute die neueren Folgen ohne wirklichen Drachen-Lord-Bizu auch gut finden und sich auch darauf freuen. Das freut mich natürlich wiederum und motiviert auch weiterzumachen, klar. Ja, ich finde halt immer, das Drachen-Game ist halt ein schöner Start-Off-Point für kreativen Scheiß, aber wenn du halt dann so deinen eigenen Flow findest, ist es halt noch viel cooler, dass du dann wirklich was Eigenes draus machst. Ja, und eine gesunde Parodie, es ist ja auch sehr gesellschaftskritisch immer mal wieder, das finde ich halt auch sehr schön, gehört halt auch dazu. Das ist halt auch gut. Genau, und das ist halt auch immer so dazugekommen, also mein Eindruck war das und naja, dass halt auch wirklich der Drachen heute in den Hintergrund gerückt ist und er so irgendwie der Wahnsinn der Welt da draußen dann doch mehr Einfluss gewonnen hat. Ja. Ja, es ist halt, ich würde mal sagen, die Serie ist einfach mit gewachsen einfach, das ist halt schon, ja. Ja, aber liebe Leute, denkt dran, wenn ihr kommentiert, bevor ihr kommentiert, lest doch erstmal, was für ein Produkt das überhaupt ist, was ihr euch anschaut. das wäre jetzt mein Fazit, was ich da auf jeden Fall mitgeben kann. Ja. Ja, dem schließe ich mich an. Prinzipiell rate ich euch, Night Rider Los Angeles anzuhören, Golden and Hunt anzuhören und generell mal die Kanäle der beiden Kollegen hier zu checken, wenn ihr Hörspiele mögt. Tja, wollt ihr noch etwas loswerden, Jungs? Tats, mach du mal, du kannst das besser als ich. Ich hab gar nichts, ich hab keine Ahnung. Ich will eigentlich nur sagen, dass Michael Knight bei Night Rider Los Angeles gar nicht wie Andi von der Meden klingt. Bra, wirklich nicht? So, jetzt Schatz feiert. Nee. Ja, Kidd wird auch nicht, traurigerweise, wird Kidd auch nicht von Gottfried Kramer oder Peter Flechner oder von Thomas Schmuckert gesprochen. Nein, sondern ich muss das machen, weil ich kann mir Thomas Schmuckert nicht leisten. Er ist zu teuer. Sicher? Sicher. Ich hätte ihn mal fragen sollen, verdammte Axt, hast du eigentlich recht. Ja. Ach, Herr Schmuckert, dann können Sie mir doch mal was für mich einsprechen. Dankeschön. Ja. Ich hab Ihnen da mal was vorbereitet. Bitte. Das sind 30 Seiten, egal. Machen Sie mal. Sprachnachricht, Sprachnachricht. Mhm. Ja, Grüße gehen raus an Thomas Schmuckert und natürlich an Sven Platte, den möchte ich an der Stelle nochmal grüßen, auch wenn er sich das wahrscheinlich nicht anhört. Ja. Soviel zu einer schnellen, kurzen Abmoderation. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, es hat gefallen. Und macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020